Petrus aber saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Macht und sprach, Und du warst auch mit dem Jesus Galilea. Er leugnete aber von ihnen allen und sprach, Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren. Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Er leugnete aber mal und schwur dazu, Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten ihn so wieder Stunden und sprachen zu Petrus. Er leugnete aber auch mit dem Jesu von Nazareth. Er leugnete aber auch mit dem Jesu von Nazareth. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, Da er zu ihm sagte, Er, er, ihr Haum kreiert wird, Wirst du mich dreimal verleugnen, Und ging er raus, Und lag eine Witterlich. Und leugnete aber auch mit dem Jesu von Nazareth Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020